und wieder joinen hey wir sind drin ha 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 sehr schön dann mache ich mir jetzt spitzhacken wie viel wollen wir ganzes eisen für spitzhacken jana hier ist eine für dich sagen wir die auf so ich gehe wieder in meine ecke in meine ecke hoffentlich bin ich jetzt auch mal bei dir ist ich möchte auch die ja sagen lass uns gemeinsam die es suchen hier ist eine höhle ja ich brauche hier die wände weiter auf ja okay dann baue ich bei mir hier die wende weiter auf jemand wird hier schon die auftauchen und wenn ich dann grüßchen von mir so toll ich hab die fakten sehr intelligent ich mach mal zwei daraus wahrscheinlich finde ich wieder bloß die ganze folge nur kohle ja ja das haben wir jetzt schon vier okay also von zaubertisch reicht ist ja dann müssen wir uns sowieso noch mit nahrungsmittel eindecken oder den nether apropos brauchen wir nicht obsidian für den zaubertisch ich glaube dann können wir ja lava löschen ja aber die lava habe ich vorhin halb zugebaut werden bestimmt noch mehr aber finden so glück wie ich habe stoße ich gleich auf lava hier richten gebaut also erstmal nehme ich unsere lava mit genau auf der lava wo ich habe noch lava gefunden und dann kommen habe ich überhaupt kein glück hier nein ja anscheinend ich habe hier noch reisen ja ich will keine heißen ich will lieber tier haben ich muss gucken ob das eisen in der nähe von der lava liegt und ich gleich zugespielt werde alles gut so als irgendwie habe ich mal gehört dass in der nähe von und redstone die asen war es gibt so viele gerüchte über die ase ja anscheinend stimmt das hier wieder nicht denkt daran sneaken festzuhalten nicht weil keine spieler drauf sind sondern wenn da kein stein auf einmal ist und du in lava rein fällst ist das echt schade ich wurde nicht nach unten das ist egal man nicht mal fehlt einfach ein stein ja und du buddelst in einen lava raum rein und da hast die a karte ja das stimmt weil ich höre bei mir schon wieder lava ok ich noch nicht also sneaken ist echt wichtig zum überleben besonders wenn wir nachher im ding sind wie heißt das da genau da in sinneser da in sinneser auch nicht ok ich bin genau gegenüber von dir wahrscheinlich laufe ich gerade über die jetzt rüber und merke es gar nicht ja ich mag jetzt nicht koordinaten dann machen da sind wir auf zwölf oder auf elf kann ich dir euch sagen wir sind auf zwölf ok denn sonst noch einen da unten gehen wieso auf elf liegen die erst liegen auf zwölf jetzt streiten wir uns darüber wo die das liegen ich sag ist egal ich war jetzt zwölf und elf ab ich fühle mich von dir immer so gemobbt warum ich bin so freundlich immer zu dir ja ja haben wir überhaupt ein system wo wir hier buddeln ja einfach alles ehrlich gold gewonnen mitnehmen fünf sechs stück ich habe auch gold gewonnen ich höre tierchen ich will nicht ins end ne das finden wir nicht keine dabei das dürfte ja irgendwo hier eine höhle sein ja wahrscheinlich lande ich gleich dran und ich hören nein ich kann das gold nicht einnehmen ich bin hier ganz dicht an der höhle dran aber ich hoffe ich stoße nicht drauf also auch ein bogenschütze und ich höre wasser und ich höre zombies und ich höre zombies ja ohne fledermaus wollen wir jetzt geräusche erkennen machen ja ok so wir dürfen nicht rückblick vergessen sonst finden wir unsere öfen und so nicht wieder die habe ich schon abgebaut ok komm wenigstens einmal die erst finden die graben muss die ganze zeit daran vorbei ich sag's dir ja ok meine spitzhack ist kaputt ich habe noch welche ich habe noch welche und ich habe eisen gut kannst meine gehen bitte ja ich stehe dir ich sag jawohl danke komm du bleibst bitte hier bei mir in der nähe ja ja ich bin nur in dem gang ich habe sie ja gefunden ein hoffi ist nicht nur einer 2 2 3 4 sehr schön sehr schön 4 stück sind wir sind schon so mal sehen granitchen braten ja 4 stück ist das doch gut top top natürlich immer lauter wasser wasser ist gut die lava ist böse ne echt bei dem einen verbrennst du dich bei dem anderen kriegst du nassen arsch ja so jetzt mal wieder ein paar fackeln na schlasse ich finde das so geil dass wir vom graben kein system haben doch wir unterhöhlen einfach hier alles bis wir genug die das zusammen haben aber so jetzt wieder in die seiten rein mal gucken na gut dass ich noch zwei blöcke weiter gegraben habe und auf gold gestoßen hier höre ich ganz laut lava dann komme ich gleich zu dir haben wir auch irgendwo wasser ich brauche diese scheiße obsidiensteine ich glaube über mir ist die lava grab mal nach oben oh ne hier ich glaube ich habe eine hülle gefunden ja habe eine hülle gefunden boah eine riesenhülle und ich habe wasser gefunden ja dann komme ich jetzt zu dir überziehen wir um eisenkohle alles da kann ich nicht rennen doch wo ist eine zombie geblieben weiß ich nicht aber ich brenne jetzt noch ein bisschen gold oh ich brenne brenne jetzt noch ein bisschen eisen so so jetzt brenne ich nicht mehr du hast gebrannt ja trottel ich sag doch benutzt es nicht warum könnt ihr hier kein wasser aufnehmen ok hier ist ein bogenschütze komm bitte erstmal zurück und heil oh ich bin gesund super ich konnte aus dem fließenden wasser kein wasser rausnehmen weil der scheiß bogenschütze auf mich geschossen hat ich gehe einfach von hier aus rein lass doch erstmal ganz ehrlich nicht alleine gegen gegner kämpfen echt mal ne ich kämpf nicht gegen die ich versuche mich hier zum wasser zu bauen ok verkackt falsche richtung von wo kommt denn der bogenschütze ach da ist er ich sehe ihn ach komm jetzt berat doch hier endlich mal durch ey ich glaube ich bin gerade zu doof um wasser aufzunehmen ja du kannst nämlich wasser nur auf nicht läufenden quellen aufnehmen nur so als hinweis ja ok dann muss ich mich eben hier dann baue ich mir jetzt eben ein bisschen wasser hier rein ach das mal ich bin zuversichtlich dass du das schaffst irgendwann ich hoffe ich komme jetzt richtig raus ja das eisen will nicht fertig werden ne 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 so wie viele spitze sagen willst du verschwindet wieder ein so das mal nächste folge ich möchte jetzt nicht von dem skelett getötet werden da habe ich keinen bock drauf wo komme ich denn her und hier kommt schon kommt ich bin hier ich komponier so bist du da ich sehe den namen dürftest hier im gang sein ja ja ich bin bei dir jetzt entferne ich mich nicht mehr so weiter oh kiesgrube also nächste folge müssen wir uns das wasser da vorne weg holen und gold war da noch in den wänden drin ich gucke mal ob ich hier noch kurz was finde ich bin auch gerade dabei stand da gerade aufnahmezeit zwei minuten zwei minuten bummlich redstone nehmen wir noch mit so bist du jetzt stückchen weiter zurück und dann nach rechts wenn du zurückläufst ich habe noch eisen genau genau so ja alles wunderschön aber wenn wir noch 30 sekunden zeit mal sehen ob hier noch was ist so also vier diamanten das war schon mal eine gute ausbeute ja dann haben wir zusammen acht in zehn sekunden ich komme zu dir ich kann nicht weiter nein ja ich wollte so einmal diesmal hatte ich keine 15 minuten ich auch nicht ich habe jetzt genau entweder liegt das an unserem aufnahmesystem oder das klappt immer noch nicht so gut mit server ich hoffe die folge hat euch gefallen nach oben bei mir und bei retter und natürlich abonnieren unsere kanäle um nichts zu verpassen und wir sehen uns bei der nächsten folge gute nach und